dann sind wir uns da mal um sie ist von der anderen seite verschlossen ok er steht wieder auf ok 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 dann liegt er schon noch einen schuss hoch da liegt was wieso ist dann okay der sie noch nicht was haben wir da goldener pfeil klar mitnehmen oder man muni 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 ja so kurz wieder hinlegen irgendetwas finden wir dann noch was haben wir dann noch einen spiegel wir haben irgendwie die tür aufgeschlossen haben jetzt ein lockt noch ok wir haben dann die tür mit dem lockt aufgelassen die ist von der seite geflossen ok da noch irgendetwas hat ne in den raum gibt es nichts mehr ok gut dann gehen wir mal da lang ok da sehe ich schon wieder etwas ok sind hier jetzt im ersten oh hallo ok du gehst da lang gehe ich da lang so ach da liegt etwas eindeutig eine verteidigungsdolch stecken die englisch die stecken sehr gut ok wenigstens was gibt es sonst noch etwas in diesem raum die das heißt wir könnten theoretisch die hat da was blaues oben aber kann man das schieben alles kann schieben ok 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 der kommt jetzt von da sehr gut können wir uns da noch rumsehen die hat da was blaues hier in den händen das will ich eigentlich haben was ist das hier nur ein fenster ok das heißt wir können und wir können die statu irgendwo hin verschieben wohin weiß ich allerdings noch nicht vielleicht uah vielleicht können wir die irgendwo ja ist da ah da ist das esszimmer und da geht es runter ok so die frage ist jetzt wo ist der wo ist unser kollege kommt jetzt da oder da warte mal kurz ok ich glaube der kommt von da weil sie gleich dorthin zählt ja perfekt dann verschiebt das mal so nämlich wo ist der jetzt ich glaube der kommt nämlich da gleich ja der kommt da schon ich will ihn ehrlich gesagt nicht erschießen weil er immer sympathisch ist ne ah weil ich Munition sparen will wir haben zwar einige sind Munition mittlerweile schon aber trotzdem ich glaube man kann hier nicht genug haben eine kiste kann man da glaube ich auch finden wo wir sachen lagern können oder ich lasse ihn noch etwas herkommen nicht dass er dann einfach umdreht womöglich können wir die statu jetzt runter stoßen und können damit dann irgendwie das rätsel mit dem bild lösen falls das überhaupt sein rätsel ist vielleicht vielleicht bin ich noch von geheimakte etwas voreingenommen dann sehe ich überall rätsel alles klar dann runter damit können wir da einfach runter jumpen nope das geht nicht ok und theoretisch wenn wir da jetzt lang gehen müssten wir wieder in der haupthalle sein oder ich hoffe es zumindest jetzt würde ich mir übrigens wünschen bald ein Farbband wieder zu finden möchte ich gerne wieder abspeichern gut dann irgendwo wieder runter gehen wo es geht da geht es runter so einmal da einmal da und einmal da ist das eigentlich eine Tür ah das ist auch eine Tür aber die ist verschlossen die ist nicht verschlossen okay ne da gehe ich noch nicht lang so das ist eine versteckte Tür also versteckt in der Anführungszeichen keine Secret Tür die man nicht finden sollte sondern im Haus eine versteckte Tür und da lang ja ich weiß nicht was auf der anderen Seite ist und ich bin nicht heiß darauf das herauszufinden achteckige Einbuchtungen zu sehen achteckige Einbuchtungen achteckige Einbuchtungen alles klar durch diese Tür werden wir nie gehen so dann schauen wir jetzt in den Speisesaal wieder so und dann sehen wir uns mal Jan blauer Edelstein okay haben wir da jetzt alles ne immer noch nicht okay wir haben einen blauen Edelstein wozu brauchen wir einen blauen Edelstein stehen ja ja können wir denn da irgendwo einsetzen mhm 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 können wir ihn da vielleicht einsetzen äh verwenden brauchen sie jetzt nicht okay Und da vielleicht einsetzen Bei der Uhr Ähm Na, darf er verwenden Das brauchen sie jetzt nicht, okay Wenn du das sagst dann Was brauchen wir mit einem blauen Edelstein Keine Ahnung, okay Ja, wie auch immer Wir haben ihn Gut, dann würde ich sagen Gehen wir da weiter Kommen wir da jetzt durch Reines Interesse Die Tür ist verschlossen, okay Ein helles Symbol Na gut Dann Gehen wir mal da lang Okay, sie zielt nicht, das ist ja schon mal gut Noch nicht Okay Da sind wir jetzt wohl irgendwo außerhalb Des Anwesens Da ist mal nichts Okay Da hinten Wäre eine Türe Aber die scheint verschlossen zu sein Sie ist von der anderen Seite, okay Aber da ist irgendetwas Okay, irgendwie Kommen wir da wohl dann noch hin Dann Gehen wir mal da lang Jetzt da Da rein Ne, da geht's nicht Doch, da geht's rein Ah, okay Cool Ich finde es übrigens Keine gute Idee Dass wir uns jetzt auf einem Friedhof Aufhalten Aber da ist etwas Uh Schrotpatronen Aber wir können nicht mehr Sachen tragen Die sollten wir uns auf jeden Fall im Hinterkopf behalten Brauch eine Kiste Ich brauche eine Kiste Und ich brauche ein Farbband Mhm Dann gehen wir mal da weiter Okay Ein Grabmal mit einem Bild eines Engels Hier ist eine Einbruch in Form von einer Beilspitze Da haben wir ja was Und einen freien Inventarplatz Passt Was Okay Äh Hm Können wir Das Kombinieren mit Das Das können sie nicht kombinieren Und umgekehrt Äh Umgekehrt Ne Das Kombinieren mit Das Auch nicht Okay Ich dachte vielleicht irgendwie die Spitze abschneiden Und vielleicht Ne 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 Das will ich nicht Äh Aha Ein Grabmal Einbuchtung in Form einer Pfeilspitze Ganz kurz nochmal was Wenn ich das jetzt Passt so nicht Okay Okay Aber Wir brauchen schon den Pfeil irgendwie Und damit Das können geht nicht Okay Und verwenden geht auch nicht Das heißt wir müssen irgendetwas mit diesem Pfeil noch machen Oder beziehungsweise die Spitze da entfernen Die Frage ist nur wie Und sonst Ein Grabmal Okay Ja Gut Na gut Dann mal zurück Dann geht's da wohl eh noch nicht weiter Okay Und genau Da kommen wir auch noch nicht rein Okay Gut Dann Zurück So Darauf wieder Und zurück Okay Wie kommen wir zu dieser Pfeilspitze So Das ist die Frage Ich möchte gerne nochmal in diesen Raum gehen Und jetzt lassen wir auch nochmal die andere verschlossene Tür probieren Ob die auch wirklich nicht aufgeht So Da müsste ja noch ein Kollege sein Die Frage ist nur wo Okay der ist Ah Warte mal So Der sollte uns jetzt kein Problem mehr bereiten Die Tür ist verschlossen Ein Schwerzsymbol Okay Kommt der da theoretisch durch Schauen wir mal Hallo Nee Hi Na Wie geht's so Okay Gut So Der kommt da nicht durch Das finde ich gut Das finde ich sehr gut Okay Das heißt Da können wir jetzt aber wirklich Nichts mehr machen Glaube ich Warten wir mal ganz kurz nochmal Außer Ist da noch Das sieht so aus wie wenn Ich gehe nochmal kurz da rein So So Das heißt ich muss den aber jetzt doch nochmal rauf lassen Ups So nicht Und da Weg 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 Nein nein her auf Her auf her auf her auf Ja Jetzt Jetzt haben wir den Roll verbraucht Okay So Bleiben wir liegen da Da Ein düsteres Gemälde Jetzt kommen wir Da irgendwie durch Das sieht so aus Okay der kommt wieder Kurzkarte Das sieht nämlich so aus wie wenn da noch etwas ist So mal schauen Ja Bet da ist auch weg So Ne da Hm Ich schraube mich da gerade noch etwas um Verschiedene Kunst Ich rüste übrigens wieder die Pistole aus Und Ich lade gleich nach So Ist jetzt eigentlich Ganz kurz Ah ok ok Die eine Petrone ist jetzt nicht weg Das wollte ich nämlich wissen Ok Ok aber sonst Bin mir aber ziemlich sicher Dass wir da noch irgendwie rein können Ich weiß nur noch nicht wie Ein düsteres Gemälde eines Hauses Einfach dagegen schießen Wird auch nichts bringen Ok Na gut Das finden wir vielleicht noch heraus So dann mal zurück Bis zum nächsten Mal